Bewegungsform Affe seitwärts in drei Varianten. Als erstes der ganz normale Affe seitlich. Einfach seitlich bewegen. Jetzt kommt der Affe mit Strom. Da ist es wichtig, dass beide Beine einmal kurz in der Luft sind. Ihr seht, das kann man auch langsam machen. Und man muss ganz viel Gewicht auf die Hände stützen, weil das ist so ein ganz kleiner Handstand zu haben. Und als letzten Teil, der Affe seitwärts mit Händen überkreuzen. Zur Seite, überkreuzen, aufmachen, überkreuzen, aufmachen. Kreuz, auf, Kreuz, auf.